Genauso wie die Steinflitsche. Warte, hier sind wieder Delfine. Warte, ist hier der dabei, den ich angefangen hatte? Ich glaube das ist der, oder? Ich glaube schon, ja. Also du scheinst auf Delfine zu stehen, so richtig, ne? Du magst die Ichthiung schon, ne? Du magst die Ichthiung schon, ne? Sind die halt süß? Ja. Die Ichthiungs. Schmecken wie Schokokuchen. Hahaha. Hast schon einen probiert, ja? Alter Flipperesser. Lippeesser. Lippeesser. Lass mal die süßen Delfine in Ruhe. Äh nein, du bleibst schön hier, du. Ey, bleib hier. Waren wir um die Reihe, rennt die denn alle weg, die Mini, oder was? Weg gerade wieder. Ja. Tauchen mal auf, wieder saufen. Okay. So. Hallo. Hallo, du. Ach, aus drei Chikes jetzt überhaupt kein Cheating gekriegt. Buh. Ja komm, dann probier ich mal ein Ankylo. Wo bist du? Oder zwei, oberhalb des Sees. Okay. Wo du die Schildkröten geholt hast. Jo, Moment. Ich komme da mal hin. Ich komme da mal hin, ja. Schlechtes Wortspiel, kein schlechtes Wortspiel. Ich komme da mal hin. Typisch. 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 Und Niveau mäßig, vollkommen in Ordnung. Äh, hallo Delfin. So, dann wie nochmal. Genau, hier wollte ich durch. Also hier kannst du wirklich so richtig schön quer durchlaufen. Und ähm. Der hallo, der viel. Komm mal wieder schön. Okay. Ähm, so zwischen sich würde ich gerne nochmal an das Gewinnspiel erinnern, was wir noch haben. Also, für diejenigen, die gerne ein Spiel haben möchten. Äh, ein PC-Spiel. Für Steam. Könnt ihr über Steam freischalten. Einfach nur in den Chat schreiben. Ich will gewinnen. Und schon bekommt ihr einen Steam Key. Für ein Spiel. Für Steam. Welches ist das jetzt genau? Jetzt weiß ich nicht, was Komoda vorbereitet hat. Aber es sind auf jeden Fall Spiele dabei. Oh. Die haben viel Keratin gegeben. Zwölf aus dem einen gekriegt. Die Ankylos. Ja, ich hab bloß drei rausgeholt. Mit der Axt oder mit der... Was ist besser? Axt, glaub ich. Axt, ja. Hatt ich auch. Hab trotzdem nur drei bekommen. Joa, was legen wir noch lang? Kommt. Bitte? Kommt. Ich sag kommt. Wo bist du? Äh, legt das schon mal. Was ist das gerade? Ich bin schon wieder weggerannt hier. Ah ja, okay, okay. Wenn wir den nächsten holen. Also jetzt nochmal ganz klar und deutlich gesagt. An alle, die gerne einen Steam Key gewinnen möchten. Äh, von einem Spiel, was ihr auf Steam freischalten könnt. Schreibt in den Chat, ich möchte gewinnen. Und dann bekommt ihr einen Key für irgendein Steam Spiel. Äh, was der Komo vorbereitet hat. Bekommt ihr dann per PN. Also. Nicht zögern, schreibt es in den Chat. Nein, bleib hier. Du doofe Sau, bleib hier. Ich hab dich doch fast. Du doofe Sau. Jagst du Schweine oder was? Ne, Delfine. Delfine? Der, der... 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 Der gerade wieder flöten gehen will. Flöten? Mann, warum geht der stiften? Ich hab den doch fast. Stiften? Was denn jetzt? Flöte, Stifte? Ja, ja, ich... Ich bin auch grad am... Sau. Stiftflöten. Äh, Flöte. Ich meine, der ist recht musikalisch. Ne. Ja. Musikal... Ja. Ihr kennt's nicht. So, ähm... Touchdown, würde ich sagen. Vince? Ja? Kannst du mal hier runter kommen und dich um den Terranodon kümmern? Bitte? Kein Keratin. Du bist los, dich. Ich hab zwei. Also, ich hab 37 mittlerweile. Was habt... Was habt ihr so an Keratin? Ich hab meinen Keratin in die Kiste gepackt. Du hast doch gerade was rausgekriegt. Ja, ich hab das Zeug aufs Raft gebracht. Äh... Hier aus dem... Aus dem Dingens doch gerade hier. Das nicht. Ja. So, ich hätte das jetzt mal ganz gerne, dass mich hier einer mal beim Tamen ablöst. Ich bin auch grad am Tamen. Oh, hier ist ein Galimimus. Jetzt keine Zeit zum Spielen, Komo. Ähm... Komo... Komo ist du zurecht? Komo ist... Ja, 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 ja. Komo ist du zurecht? Dann... Geh ich mal zu Losti. Dann... Er... Erlöse mal den Losti von... Von dem Tamen. Dann Losti, ich den mal ab. Dann Losti den mal ab. Ah, da ist er. Da ist er. Ah, komm her, komm her, komm her. Komm her. Losti dauert kurz. Ich bin... Ganze Stück im... Ey, komm her, du. Im Hinterland. Okay. Ja. Im Linterhand? Im Hinternland. Oh, warte. Mir ist grad noch ein Trike über den Weg gelaufen. Level 1, das lege ich noch eben. Ja, dann mach das doch. Ach, ein Pachy. Haben die Pachys nicht auch? Geben die nicht auch Keratin-Chitin? Äh, ne, glaub ich nicht. Wir werden's gleich sehen. Au, 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 au. Vor allen Dingen sind die Pachys auch... Äh, da kann das richtig nach hinten losgehen, ne? Oh ja, die können böse sein. Wenn ich so richtig... Umknocken, dann ist Feierabend. Ach, Mann, was... Dann gehen die Lichter aus. Au, 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 au. Aber du kommst zurecht, oder? Läuft bei dir, hä? Oder läufst du grad? Der läuft gerade. Ich laufe gerade, aber... Der läuft so hinter mir her, wie ich das will. Hoffe ich. Au. Au. Nein, ich bin erledigt. Okay. Hab ich doch gesagt. Das ist, äh... Ja, das war der Zweite, der dazukam. Dafür kann ich doch nichts. Ja, die sind sehr sozial eingestellt, Kumo. Uns gegenüber eher asozial eingestellt. Nein, nein, nein. Nicht ertrieben, du. Ich hab, ich hab, nach zwei Stunden Spielzeit hab ich denn die erste Erfahrung mit einem Pachy gemacht. Und, ähm... Da war dann sofort Ende. Ne? Sofort war dann die... Offensichtlich keine positive, ja. Nein, keine positive Erfahrung. Die war eher der negativen Art. Ach, da vorne muss ich hin. Du weißt, wo du hin musst, Kumo? Ja, ja. Weiß ich, weiß ich. Ich bin wieder zurück. Ich hab gedacht, ich kann dir helfen, aber... Nee, alles, alles gut. So. Ähm... Wie gesagt, wär da der zweite Pachy nicht gekommen, dann hätte das ja auch alles geklappt. Den ersten hattest du im Griff, ja? Der erste lag schon, ohne dass er mich einmal getroffen hat. Okay. Weil den hab ich wieder in irgendwelche Büsche gelockt. Apropos Büsche, hier hängt ein Stego im Baum. Ja, dann zerleg ihn doch. Naja, okay. Ist ja... Ist ja nicht so schlimm. Wir hatten ja, ähm... Was war das? Ähm... Die Baumdame. Die Baumdame. Ja, die Baumdame. Das war erstmal hier das Mammut. Und letztens hatten wir auf dem Server doch hier dieses, äh... Dieses eine schöne Brontochen, was da von der Maus Angst hatte, ne? Ne. Ja. Ja. Und hingen auch im Bauladen. Hallo Delfin, kommst du mal her? Mann! Da geht die ganze Zeit schon. Zweiten Delfin. Gleich wieder N und der... Ja, der... Freundlichste. Der wär hier auch ganz schön. Geh gut zerlegt. Das heißt, Lasti, du musst noch in Mühe warten. Ja, kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Ich bin ja auch noch am Holz fahren. Weil... Zwei Keratin grad mal bekommen. Aus dem Stego. Hier ist der Pachy, der mich gekillt hat. Wieder herausfordernd. Nee, nee. Ja, warum? Ach, dachte. Komm, einmal geht noch. Der hat noch nicht. Wer will nochmal? Wer will den Komo nochmal plätten? Ey, ist es der 30er oder was? Ach man, warum hauen die immer ab von mir? Die sind neu. Die haben sie neu modelliert. Die haben sie umprogrammiert. Umprogrammiert. Ungepolt. Die sind nicht mehr so zutraulich. Die bleiben jetzt nicht mehr am Arsch kleben. Die bleiben jetzt nicht mehr am Arsch kleben. Das, was sie früher gemacht haben. Da konntest ja tamen, wie du wolltest. Und jetzt mittlerweile... ...hauen sie wieder ab. Ich weiß nicht, ob die dann wiederkommen... Okay, Megalodon. Ey, Alter. Mistviecher hier. Ich weiß nicht, wer so der Delfin ist. Hab ihn nämlich. Wow. Wer heizt hier grad mit nem Delfin durch die Bucht? Ich. Und jetzt der Megalodon. Was passen. Also ich bin jetzt gerade auf der anderen... Nein, der Megalodon kommt. Kacke. Brauch mal von irgendjemandem Hilfe. Erik, wenn ich wüsste wie ich dir helfen kann... Ist doch da. Ist doch easy. Hier ist ein Skorpion. Fokussier den mal auf mich. Schildkröte. Du. Ja. Böses Tier. Oh, danke. Oh, nice. Danke. Yes. So. Na schön. Jetzt darf ich den Delfin wieder suchen. So, wo haben wir dich? Ah, Losti. Ich hätte Prime. Ich hab zwei Prime für einen Pteranodon. Ja, dann kannst du die mal rüberbringen. So. 18 Chitin aus einem Skorpion. Hast du die wo? Ach, da. Okay, ich seh ihn liegen. Jaja, okay, okay, okay. Gut, kann ich dich mit dem alleine lassen jetzt erstmal? Ja, klar, klar, klar. Oh, das ist lieb. Das ist echt lieb. Kein Thema. Kein Thema. Komoda zählst du jetzt nochmal wegen dem Gewinnspiel. Erklär das bitte nochmal. Also. Ist ganz einfach. Wir haben ein paar Spiele rauszuhauen. Die wollen wir auch heute noch loswerden. Deshalb ist, äh, die ersten, die jetzt in den Chat schreiben, ich will gewinnen, die haben automatisch ein Spiel gewonnen. Einfacher geht's ja fast nicht. Genau, das ist ich. Kann man das jetzt etwas schwieriger gestalten? Ach, ne. Wir wollen die jetzt loswerden. Für den Anfang machen wir das erstmal so. Später wird's dann noch schwieriger. Ja, die müssen weg, okay. Die ersten Spiele wollen wir jetzt raushauen. Vom her, du. Braust du noch einmal fest? Okay, kein Brontobein mit dem Baum verwechseln. Äh, 62 hab ich mittlerweile. Yetin, Keratin. Okay. Ja. Geschafft. Ich geh da mal hier auf die Suche, dass ich auch noch ein bisschen... Heißt, ich brauche noch 13. Für einen Sattel, wohlgemerkt. Für einen. Für einen Sattel, ja. Da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Aber ein Sattel wird ja auch schon mal helfen. Sehr schön. Also, dann könnten wir sie nämlich zumindest alle mal aufs Raft stellen, wenn wir hinfahren. Ja. Zur Insel. Oder zumindest einer fliegt und zieht sie dann hinter sich her. Ja. Also, wir haben jetzt zwei Delfine. Das ist gut. Ja, guck. Und Delfin-Sattel ist nicht so teuer? Ne, das ist in Ordnung. So. Schön. 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 Haben wir da vorne noch? Nochmal ein... Äh, vier. So, fünf Keratin nochmal aus der Schildkröte. Das heißt, ich brauche noch acht. Die müssten wir doch da haben, oder? Acht. Ich hab genau noch acht Keratin einstecken. Aber ich bewache grad den... ...Pheranodon. Aber du kannst gern herkommen. Ja, dann haben wir doch schon mal was. Dann haben wir den ersten Sattel... Guck mal was hier in dem weißen Strahl ist. Dann haben wir den ersten Sattel doch eigentlich so gut wie fertig, oder? Ja. Ach, ich hab jetzt erstmal hier den weißen Strahl mitgenommen aufm Weg. Also ich glaub unsere User, die haben echt Angst zu gewinnen heute. Angst? Ja. Das will keiner. Die haben echt Angst zu gewinnen. Vielleicht müssen wir das doch schwieriger machen. Vielleicht denken die sich ja auch. Ja, die schenken ja die Spiele her. Lassen wir's mal lieber. Ja, genau. Das denken die sich. Ja! Der Delfin schwimmt hier in den Fluss rein, das ist gut. Weiß mal bitte in den Fluss. Okay. Terranodon ist getamed. Sehr schön. Gib ihm erstmal keinen Namen. Schauen. Also wie gesagt, alle die die gewinnen wollen, schreiben jetzt einfach mal in den Chat. Ich will gewinnen. So. Die bekommen definitiv ein Steam-Spiel. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das, äh, Komo? Raptor. Raptor. Zwei Raptoren. Zwei Raptoren. Zwei Raptoren. Oh, wo warst du? Ob... Ganz weit weg. Ganz weit weg. Du weißt aber, wo du warst, ja? Ganz weit weg. Jaja, ich weiß genau, wo ich war. Dass du dein Taschen abholen kannst. Wenn, wenn das da überhaupt noch steht. Weil der Raptor hat grad, äh, festlich gespeist an mir. Mein Gott, was ist denn hier los? Hier ist ja Keratin-Party ohne Ende. Hier sind zwei Trikes, hier ist ein Ankylo, hier ist ein Stego. Ja, Ankylo legen. Oder alles legen, wir brauchen ja eh genug davon. Alles legen. Alles auf einmal. Wir legen ja alles. Ja. Erstmal alles flach legen. So, okay. Ja. Die Terranodons stehen hier. Erstmal. Ich bin über die Ebene, ich bin auf die Ebene drauf, wo vorher nur Galimimus und Trikes und Schweine und sowas waren. Jungs, da waren noch Schweine, wir sollten ein Schwein mitnehmen. Äh, Schweine haben wir bei uns auf der Insel auch. Leichter da zu nehmen. Ich hab noch keinen gesehen. Ja. Ja, ich hab noch welche gesehen. Okay.